Du bist mein Freund, du musst auf meiner Seite sein, was lachst du mich aus? Oh Gott, die ist mir schon, das wird geil. Ich will nicht mehr bezauern. Ich will nicht mehr bezauern. Bevor das Video jetzt startet, wollten wir eigentlich nur kurz was sagen und zwar was? Ähm, dass das ein bisschen gruselig ist. Mhm, wir spielen eine Obi, die etwas gruselig ist. Oh nee, Alter! Oh, was gruselig ist, ist das euer Ernst? Genau, oder älteren Geschwistern oder mit euren Eltern, wie ihr wollt, ne? Ja, und jetzt viel Spaß. Es wird frustriert. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier, zu einem neuen Roblox-Video und zu einer neuen Obi. Ja, ach ja, guck mal, wer da ist, leider. Auch in diesem Fall. Hallo, äh, Schatz, wir wollen heute mal eine Obi spielen. Und du kannst es schon sehen, es ist eine etwas gruselige Obi. Ich packe mich mal, soll ich mich mal hier unten gepacken? Ja, aber das sieht ja jetzt nicht super nett aus, ne? Das war jetzt auch, ganz kurz, ja. Auch Roblox, ne? Ja, das ist auch Roblox. Das ist auch Roblox, ne? Ach so, W, A, S, D. Ja, also, wir sind hier, haben die Nachtschicht. Ihr kennt das wahrscheinlich schon alles. Darf ich mal lesen? Du kannst doch sowieso kein Englisch lesen. Aber du kannst es mehr über... Ah, das ist... Das ist auch ein Mitspieler oder Mitspielerin. Okay, es ist, äh, also... Make sure to keep the power off as it can cause problems. Okay, wir müssen die Power immer auslassen. Also den Strom. Off? Mhm. Damit wir nicht Strom verbrochen und kein Geld ausgeben. Was das denn? Im Dunkeln? Wir gucken jetzt, wir gucken jetzt erstmal, so. Okay. So, äh... Ich muss nicht direkt kaufen, ne? Sale, sale. Okay, guck, guck, ich steuer so alles für dich. Und du musst eigentlich nur immer, ne, springen und... Kannst du bitte genau durchdrücken auch? Okay, ich weiß nicht, wo... Ey, ganz ehrlich, ihr habt da gerade einfach Albtraum für mich rausgesucht. Da sind doch überall Poppen. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich komplett... Wollt ihr mich komplett hochnehmen? Oh, ey, guckt euch das doch mal an. Das ist doch safe direkt aus meinem Albtraum raus. Ich krieg die Krise, ey. Wo wir lang müssen, ich glaub, wir müssen... Können wir mal hier was klauen? Wir können hier nichts... Komm, wir was klauen? Das ist die richtige Mentalität. Komm, wir was klauen? Geil. Du hast Geld. Hier, so ein Teddy. Oder die Mumie oben. Können wir nicht kaufen. Nein, können wir leider nicht kaufen. Okay, können wir jetzt mal versuchen, hier zu entkommen, weil dieser Typ hier, geh mal nach vorne... Hier, der ist ein bisschen gruselig. Okay, können wir mal versuchen, da rein jetzt zu kommen. Geht bitte, ja. Okay, das dauert schon. So, ich drück mal hier. Okay, wir brauchen Power. Warum sagt er denn immer Power, Alter? Das ist doch einfach nur Strom, oder was? Das ist doch einfach nur Strom. Warum sagst du denn Power? Wir brauchen Power. Wir brauchen ein bisschen Power. Okay, jetzt... So, geh da hin. Guck mal, zu zweit ist das gar nicht so schlecht. Ja, aber ich kann nicht beides gleichzeitig... Okay, kannst du mit eins bitte die Taschenlampe rausholen? Eins, eins bitte. Okay. Okay, es ist ziemlich dunkel hier. Ich geh jetzt. Ja, das gefällt mir gar nicht. Geh, 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 geh. Okay, warte, wir gucken, ob noch hier was ist. E-Ster eggs. Weißt du, was E-Ster eggs sind? Eier? Das ist schon geil. Eier? Ich meine, also... Ja. Ja, schon. Ja. Ja, durchaus. Ja. Was willst du sagen? Sie hat ja recht. Sie hat ja recht. Okay, wir haben jetzt... Wir haben jetzt Power. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück, Schatz. Wir haben jetzt Power. Alter, warum sagst du denn schnittig? Power dazu. Boah, nee, jetzt ist das Ding da umgefallen. Das ist cursed. Ich kann danach nie wieder schlafen. Schatz, kann ich kurz kuscheln? Nein. Geh weg. Okay, ich geh ja schon. Okay, mach weiter. Ich kann nicht. Achso, ja, Entschuldigung. Möchtest du hier was noch kaufen? Nein. Okay. Bist du sicher? Es ist sale. Ja, ich geh jetzt. Okay, guck mal. Hast du Angst mit Kopf? Jeder Mensch mit ein bisschen gesundem Menschenverstand, wie ist es doch, dass man nicht in solche Bereiche reingeht? Das schreit doch schon nur so nach. Bitte gehen Sie hier nicht rein. Da steht halt einfach kein Schild drüber. Aber das sieht man doch, dass man da nicht reingeht, oder? Das sieht man doch. Ist doch offensichtlich. Ist doch offensichtlich. Und welcher Kollege ist denn hier die Wand hochgelaufen? Ich habe ja selten irgendetwas mit so einem Fußabdruck die Wand hochlaufen sehen, was nicht in irgendeiner Art und Weise ein Geister oder eine seltsame Puppe oder irgendwas anderes verhext ist, was nicht in diese Welt gehört. Ey, Freunde, da habt ihr mir ja jetzt hier aber auch was aufgebunden, wa? Okay, ich glaube, hierdurch können wir nicht. Das heißt, du musst nach da oben springen. Mit Leertaste. Okay, es geht irgendwie nicht. Das heißt, wir gehen mal hier durch. Sehr gut. Versuch mal hier drüber zu springen. Über die Luft. Da solltet ihr auch nicht rein. Ich weiß nicht, warum man da rein. Über die Luft muss zu springen. Über die Luft. Ja, wir leben noch. Okay. Okay, sehr gut. Angst habe ich ja schon hier. Hier musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ah, ich habe das? Ja, du schaffst das. Los. Ich bin voll aufgeregt. Ja, keine Sache. Weil das erinnert dich an McDonalds. Warum erinnert dich? Was? 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 Das erinnert an McDonalds? Was geht ab? Also ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, in welchen McDonalds ihr mal so geht, aber bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Was? Was? Stopp. Jetzt hier. Jetzt nochmal. Einmal? Ja. Jetzt mach. Ja, geradeaus. Geradeaus. Geh, 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 geh. Passiert schon nichts. Passiert schon nichts. Okay, so, jetzt hier, wieder geradeaus. Ja, guck, ich steuere doch fast schon alles für dich. Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt. Das ist ein Mitspieler, chill. Ja, aber bei McDonalds habe ich mich auch rausgeschmissen. Guck mal, guck mal. Es passiert doch nichts, siehst du? Hier kann nichts passieren. Guck mal, wie schnell die alle sind, Schatz. Ja, aber ich spiele das. Aber guck mal, du spielst doch sehr gut für deine Erste. Ich weiß, sie war nicht mit McDonalds, die Mac is Ovi. Aber stellt euch mal vor, die beiden wären einfach so aus dem McDonalds rausgeschmissen worden. Weil sie über die Rohre dort gelaufen sind. Stellt euch vor, Garn und seine Frau gehen zu Mac is und dann gehen sie über die Rohre und werden einfach rausgeschmissen. Und sie hat jetzt hier so Flashback, als sie das spielt und denkt so, Kacke, das ist hier wie im Mac is, genau wie im Mac is. Das ist jetzt hier der, der haut mich raus, der Bounce, der macht mich für nicht. Okay, jetzt muss ich hier raufspringen. Sehr gut, okay. Ich kümmer mich, warte, ich kümmer mich hier rum. So, okay, jetzt hier rüber, schnell. Ah, du schaffst das. Siehst du, okay, jetzt weiter. Ja, du musst aber auch schneller machen. Nein, ich möchte jetzt nicht deine Hände anfassen. Ich bin voll aufgeregt. Ja, los jetzt, komm. Warte, 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 warte. Jetzt schnell, schnell, schnell. Nein, nein, warte, ich bin noch nicht bereit. Ja, aber dann müssen wir nochmal warten. Ist nicht schlimm. Nein, nein, nein. Warte da vorne, warte da vorne. Okay. Warte da, ich kümmer mich drum. Ich sag dir mal, okay? Bist du soweit? Ich bin ehrlich falsch. Ey. Meine Tastatur ist schon komplett unter Wasser. Oh Gott. Okay, wir kriegen das denn. Konzentrier dich, wir kriegen das. Komm mal. Okay, okay. Warte, warte, warte. Ich glaube auch nicht. Ich schaff das. Ich glaube an euch. Jetzt, ich schaff das. Schnell, schnell, schnell. Jawohl. Ich komme nicht voran. Bist du soweit? Wenn ich es aber nicht schaffe, machst du es gleich. Ich schaff es, ich schaff es. Jetzt, los. Du schaffst das. Jetzt, nochmal. Sehr gut. Ja, ja, ja. Wir haben Level 1 geschafft. Okay, let's go. Das ist doch ungefähr 20 Mal. Ja. Okay, wir machen weiter. Jetzt hier nach oben. Nein, du brauchst nicht springen. Das ist einer. So, okay. So, ähm, hier. Ja, geh hier rein. Rein hier. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ah. Die Tür ist zu. Halt er gerade. Geh mal da hin. Ich weiß es nicht. Also, du steuerst. Okay. Ich drücke einfach hin. Ich habe ein bisschen Angst. Gut, dass ich nicht hören muss. Ich habe Angst. Ah! Oh Gott! Ich will nicht immer bezauern. Jetzt pass auf, die Türen gehen wieder zu. Wahrscheinlich. Okay. So, wir gehen jetzt mal hier lang, okay? Ja. Wenn er kommt, dann dreh ich um. Nee. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, oh nee, ich will das nicht sehen, ey. Oh, nee! Ah! Hi! Ah! Wollt ihr mich? Alter! Okay, darf ich? Soll ich? Ja. Okay, komm, ich versuche jetzt. Willst du auch? Mach auf! Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Oh nee, muss ich jetzt schon wieder das sehen? Ich habe mal keine Lust, da kriege ich voll Angst. Nee, ey, bitte nicht. Oh nee, bitte ja, lauf einfach. Oh! Ich kann das nicht mehr sehen. Oh ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. Hallo, ist doch jetzt mal gut, Mensch. Kannst du ihm mal sagen, dass er aufhören soll? Hallo? Sprinte, weiter, weiter, weiter. Aber das ist jetzt voll unfair. Ja, ich wurde zweimal erschrocken. Wir brauchen, wir brauchen die Mental-Health-Decke. Ja, aber du bist anscheinend schon langsam. Nein! Nein! Bäm! 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 Das ist... Alter! Alter! Was ist denn das? Was hat denn der da rausgesucht? Macht er mich hier die ganze Zeit fertig? Macht er mich die ganze Zeit fertig, dass ich irgendwelche gruseligen Sachen mache? Oh Gott, jetzt habe ich auch noch was im Auge. Ich habe wirklich was im Auge. Ich heule nicht, aber ich habe was im Auge. Oh, Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war keine gute Idee, dass ich mich gerade heute hingestellt habe. Versuch es nochmal. Irgendwie ist das aber auch cool, ne? Ja, ist doch cool. Also ist es so ein Nervenkitzel? Ja, ist cool. Es hat einen Grund, warum ich das nicht mit Danja spiele, weil ich ganz genau weiß, gerade... Ja, gerade poppen. Alter. Gerade das Spiel mit Danja muss nicht sein. Sie weiß auch, wieso... Ja. Ja. Guck mal, guck mal. Kahn, sogar Kahn weiß, dass das nichts für mich ist. Aber hier, der Chat, kollektive Entscheidung, dass wir das angucken. Ich wusste nicht, dass das eine Puppe ist, sonst hätte ich das gar nicht vorgeschlagen. Und ihr mich alle am auslachen, ey. Einfach klar schon wieder, einfach schon wieder klar, ey. Oh, Alter. Und ihr wahrscheinlich auch. Warum? Oh. Ja, ich erkläre es dir später. Okay, ich höre schon wieder was. Wo ist der? Okay, er kommt. Pass auf, pass auf, pass auf. Da, da. Da, 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 schnell. Ja, aber wie komme ich denn jetzt raus? Weiß ich nicht. Sprinte, sprinte, schnell, schnell. Bringt auch nichts, wenn ich ranke. Hallo, ja. Kannst du mal aufhören? Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, bitte, lasst euch nicht fangen. Schnell. Da, 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 da. Da, da ist der Ausgang. Exit, 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 schliess, 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 schliess. Du hast es geschafft. Okay. Boah. So. Haben sie es endlich mal geschafft. Bitte? 17 Minuten. Also wir haben es jetzt aus dem Labyrinth geschafft. Und jetzt? Jetzt geht es weiter. 17 Minuten Panik. Wenn es dann drauf ankommt, dann schaffe ich es nicht. Ich sage euch eins, ne? Ich habe mir selten so sehr gewünscht, dass wir hier mal 1000 Zuschauer kriegen, damit ich sofort auf Just Dance wechseln kann. So, okay, ruhig. Jetzt wieder. Warte. Ich nehme Anschwung. Ja, mach das. Okay, so jetzt hier drauf. Ja, nein, ich möchte, nein. Das war so süß. Tut mir leid. Hör auf, Stendich, tut mir leid zu sagen und ich bin hier immer der Schlechte. Guck doch mal. Guck mal, wie schnell. Wie schnell. So, okay. Das habe ich jetzt, haben wir geschafft, okay. Oh, das schaffe ich nicht. Das schaffst du safe nicht, da musst du dir recht geben. Okay, so. Jetzt bist du aber noch. Guck mal, wer da ist. Oh, ne. Warum steht der denn da jetzt schon wieder? Das ist doch hier jetzt so Squid Game mäßiger, Squid Game mäßiges Gedönse. Oh, nee. Oh, nee. Das dauert ein bisschen. Ja, aber erst wenn du auf dem Feld bist. So, warte. Jetzt. Lasst euch nicht fangen, ey, bitte. Warte. Ey, oh Gott, ist das schlimm. Lass mich. Jetzt. Oh Gott. Einfach bitte nicht. Okay. Ja, jetzt mach doch weiter. Nein. Du kannst doch da weiter. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay, sehr gut. Okay, hier sind jetzt Laser. Das schaffst du. Muss ich mich durch. Ah, ist das wieder mit? Ich springe. Ich kann nicht. Ich kann nicht springen. Schatz, mach jetzt. Kann ich mich nicht durch? Nein, kannst du nicht. Warte. Okay. Okay, jetzt geh und jetzt hier auch. Aber kannst du ein bisschen so. Nein, nein, da. So? Ja. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir hier lang. Obwohl, nee, hier drunter. Geh hier drunter. Weiter, 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 weiter. So, jetzt hier rüber. Sehr gut. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht im ersten. Hallo, geh doch da drauf. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass Mr. Fanny kommt. Die ganze Zeit Angst. Du wartest. Press. Elevator. Lisa Girl machen wir dann nach dem Video kurz Runde Yoga, würde ich vorschlagen. Damit wir hier alle dann auch wieder klarkommen auf unser Leben. Können wir uns hier was holen? Ach, das hier? Aber ich weiß nicht, was der macht. Oh, Alter. Was ist das denn da? Wer hat denn das gemacht? Willst du dir was mitnehmen? Hast du kein Geld? Ich hab Geld, ja, aber... Boah, das ist aber toll. 200 Robux. Dass da kein Meme draus gemacht wurde. Hast du kein Geld? Hast du kein Geld? Gibt's da schon Memes, meine lieben Freunde? Hat da von euch schon jemand ein Meme draus gemacht? Gibt's da schon Memes mit? Ist meine Frage. Hat dir jemand schon ein Meme gemacht? Memes, Leute. Wir brauchen mehr Memes. Wir brauchen hier mehr Memes am Start. Okay, das sind echt 200 Euro auch. Weil ich hab jetzt knapp 1000 Euro drauf. Ey, wirklich, der ist wirklich... Hat den... Oh. Also, ich frag mich wirklich, wie oft... Wie oft Kahn sich in seinem Leben schon verteidigen musste, weil ihm irgendjemand wegen seiner Dreißigkeit und Frechheit eine reingehauen hat. Wir kaufen nicht, egal, wir schaffen's so. Es kostet 250 Euro. Da hab ich noch... Aber wir wissen noch nicht, was das für ein Spiel ist. Ich kauf's trotzdem. Ah. Da ist was aufgerangt. Wie geil. Er hat das einfach so. Sagt ihr euch, kauf das jetzt für 250 Euro. Das YouTube-Money, Leute. Das YouTube-Money. Es ist, wie's ist, ne? Deshalb lieben wir die Werbung, damit Kahn für 250 Euro Jetpack kaufen kann. Jetzt müssen wir wieder warten. Guck mal. Ja, aber nicht, dass wir das gleich aufbrauchen. Das kann man nicht aufbrauchen. Doch, was, wenn die sagen, so ist es jetzt gleich vorbei, du hast kein... Wie hast du das schon gemacht? Auf zwei. Drück auf zwei. Auf zwei. Nicht nochmal, so einmal. Oh Mann, ich würd's so geil finden, wenn einfach Kahns Frau alleine einen YouTube-Kanal machen würde, weil sie ist einfach so lustig. Sie ist halt auch einfach zehnmal witziger als Kahn, ne? Also, sie ist zehnmal lustiger als Kahn. Müssen wir schon zugeben. Mal reicht. So. Okay, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich uns verstecken. Vier, drei, zwei. Oder? Ah. Okay, ich glaub, er darf uns nicht sehen. So, du bist. Okay, er macht alles kaputt. Mach mal zwei, 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 zwei. Warte. Gleich. Schnell! Ja, ich mach zwei. Aber... Super. Super machen wir das, ne? Das ist echt klasse, was wir hier machen. Geil! Okay. Warum kommt er bei dir nicht? Ja, er kommt doch gleich, Mann. Chill doch mal. Ja, aber... Chill doch mal. Ja, eben bist du aber da ganz am Anfang geblieben. Ja, ist so. Immer wenn ich spiele, du machst das extra. Ich weiß, dass du das extra machst. Ja, aber wo kommst du denn hier raus? Exit ist da, 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 da. Das ist voll unfair. Das ist wirklich unfair. Ja. Ach so. Guck, ich stelle mich richtig gut an. Ja, aber das wusstest du vorhin nicht. Du hättest auch sagen können, äh... So siehst du? So, jetzt. Ja, das hätte ich auch geschafft. Okay, wir versuchen jetzt zumindest noch ein Hindernis zu schaffen, okay? Ja, aber das hätte ich auch geschafft. Ja, aber du wolltest ja nicht. Ja, aber guck mal. Die ersten Spiele muss ich immer spielen und du weißt nicht, worum es geht. Und dann machst du es besser. Weil du dann weißt... Ah. Okay. Kommen wir jetzt hier raus, bitte? Alles klar. Oh, guck, wieder dunkel und ich bin da. Okay, du kannst. Oh, nee, jetzt werde ich mich gleich wieder erschrecken, oder? Wird gleich wieder gruselig. Ah, da kommt jemand. Ich hör was, ich hör was, ich hör was, ich hör was, ich hör... Ah, ah, ah! Oh, guck, immer ich! Soll ich? Immer ich! Ja, komm, ich mache. Komm, ich mache. Okay, komm, versuch es noch einmal. Okay, hier wieder rein? Ich weiß nicht. Oh, warum erwischt der mich immer? Mann! Soll ich es mal... Kann ich mal einmal? Und jetzt schaffst du es, weil du wieder alle Möglichkeiten, alle Wege kennst. Nein, ich höre das doch nicht. Tschüss. Entschuldigung, Karn, ich habe dich echt gerne, ne? Aber, also, 5 Minuten Werbung gucke ich mir auch für dich nicht an. Wenn du es hörst, was bringt dir das denn? Ja, dann weiß ich, von wo er kommt. Guck, man hört, dass er von links kommt jetzt. Stimmt doch. Doch, ich höre das. Guck, er ist jetzt hinter uns, siehst du? Aber warum ist der so schnell? Oh, beweg dich jetzt mal weg, Mann! Siehst du, siehst du, wie der Exit wieder... Hä? Ich war doch draußen! Kein Sinn. Kein Sinn, dieses Spiel. Hörst du mal auf, mich auszulachen? Das ist doch auch, Schatz. Wir müssen schlafen müssen, Alter! Gibt's nicht, ey, gibt's einfach nicht. Schnell, da hoch! Ja, mach jetzt, Karn, bewegt dich mal! Oh, Alter! Siehst du, du hast es geschafft! Ja, okay, ich hab's geschafft. So, jetzt bist du wieder dran. Jetzt hab ich wieder... Springen. Ich darf wieder springen. So, komm, jetzt bist du dran. Geh mal da rein. Auf den Stapler. So, jetzt fahr mal. Fahr! Wir müssen doch da drüber, Mann! Oh, Gott! Einfach cursed! Einfach, einfach, einfach... Mr. Funny hat hier... Hat hier Einrichtungen gecursed. Da ist gerade einfach was umgefallen. Alter, ey! Sehr gut! Ich muss einfach nur... Patrick, Regal ist zusammengebrochen. Ja, das Regal, was wir gestern im Stream aufgebaut haben, ist einfach zusammengefallen. Komm, 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 komm. Marbelle, nein, das war normal nicht, das Regal. Das war ein Witz. So, mal Spaß. Weißt du, was ich eben dachte? Dass ich lenke. Ehrlich? Ich springe. Ja! Du hast voll stolz auf mich. Ja, aber du springst ja auch. Nee. Doch, du springst, siehst du? Und jetzt? Ja! Okay, jetzt mit der Taste wieder raus... Ah, guck, ist schon. So, jetzt hier drauf wieder. Oh, ich hab das erste Mal irgendeine Taste geschafft. Ja, sehr gut! So langsam macht mir das Spaß. Okay, hier musst du reinspringen. Ah, das ist so wie Mario. Ja, ich glaube aber nicht, dass das so wie Mario ist, aber gut, versuchen wir es mal. Ah, okay. Doch! Okay, ist doch wie Mario. Okay. Oh, das wieder mit springen, ich schaff das nicht. Ah, der kommt, der kommt, der kommt. Ah, danke! Aber der ist schon cool gemacht, das Spiel eigentlich. Der ist doch so wie Mario, oder? Nein, ich meine das ganze Spiel jetzt. Yeah, das finde ich cool. Ähm, jetzt bin ich zwar ein bisschen geübt, also auch so... Okay, wir haben es doch geschafft, siehst du? Okay, es geht weiter. Ach, man! Das ist doch voll einfach! Können wir mal versuchen, was hier passiert, wenn wir hier raus wollen? Boink, boink, boink. Okay, es passiert gar nichts. Warte, aber guck mal, du machst mich immer nervös. Ich mach dich gar nicht nervös. Doch, doch, du bist so ungeduldig. Warte doch einfach mal. Dreh um. So. Ja, ist natürlich besser, wenn du noch heftiger auf die Tastatur drückst. Stimmt, jetzt hier durch. Okay, geh durch. Oh, das ist schon... Oh, nee. Okay, spring. Nicht zu weit. Ich schaff's jetzt auch alleine. Oh, nein. Oh, nein. Komm, du schaffst das. Ich glaub an dich, wirklich. Komm, du schaffst... Komm. Jawohl. Ja, komm, du schaffst das. Das ist so geil. Diese Gesichtsausdrücke sind der Knüller einfach. Ich hab's nicht geschaffen. Wir kommen in einem Monat, würde ich sagen, kommen wir in dieses Spiel zurück, okay? In einem Monat. Und dann gucken wir, wie gut du geworben bist. In einem Monat? Er hat am 29.01. veröffentlicht. In zwei Tagen mussten die beiden wieder Mr. Funny Obi spielen. Geil! Okay. Ich hab so meine Zweifel. Aber nun gut. Leute, das war's. Wir haben mal zusammen ein Obi mit meiner Frau gespielt. Und ich sag, wie es ist. Es war schon ziemlich schwierig. Es ist belastend. Ich hab dir aber geholfen. Ja, du hast mir geholfen. Stimmt. Leute, wenn's euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, die Glocke aktivieren. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen... Tschüss. Tschö! Tschö! Oder wie du sagen würdest... Tschüss. Das hast du gesehen eben, ne? Ja, so. Ich mag den Outro-Song von Kahn. Ich mag den Outro-Song von Kahn.